Hallo liebe Wassermann-Geborenen, willkommen bei Schamach-Tarot. Ich möchte heute Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den September 2024. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon ein bisschen was vorgelegt. Es folgen natürlich noch weitere Tarot-Karten mit anderen Decks. Ja, hier auf der Seite links sind Karten für dich, hier für dein Gegenüber. Die Rollen können auch vertauscht sein. Und ich beginne hier sehr gerne mit den Orakel-Karten, die ich auch für euch gezogen habe. Ja, der September erfordert einen gewissen Balanceakt. 11, Quersumme 2. Es geht hier um eine Entscheidung. Ja, wir sehen hier dieses ganz dünne Seil und hier ist so ein Konstrukt, was da so rüber transportiert werden sollte. Sieht sehr wackelig aus. Ja, vielleicht geht es hier um Feingefühl, es geht um Taktgefühl. Wie sollst du hier etwas über die Bühne bringen? Wie sollst du etwas vermitteln, etwas kommunizieren? Es geht hier um Feinheiten, es geht um den richtigen Zeitpunkt, ja, dass hier nichts zu Bruch geht. Der schöne Schein, jemand trägt hier eine Maske, zeigt nicht sein wahres Gesicht. Etwas glänzt nach außen, aber entspricht nicht dem Inneren. Dann hier der Wolf, verwandle Wissen in Weisheit, beobachte, sei schlau. Und hier Erfinderreichtum, Einfallsreichtum mit diesem Kaktus. Ja, du kommst hier auf eine kreative Idee, du findest hier eine Lösung. Schauen wir mal, was sich hier zeigt. Hier mit den Tarotkarten, es startet mit zwei der Kelche. Zwei der Kelche ist so, ja, meine Herzenswünsche, meine Traumbeziehung, mein Traumjob. Darum geht es hier. Es geht hier um die Erfüllung deiner Herzenswünsche. Diesbezüglich wartest du hier auf den richtigen Moment. Wir haben drei der Stäbe. Das ist so das Klassische, der Mann hier wartet, bis die Schiffchen kommen. Du wartest auf Informationen auf den richtigen Zeitpunkt. Das ist dieser Balanceakt, den ich gerade gezeigt hatte, diese Karte. Um das hier durchzuziehen, brauchst du hier noch Geduld. Du musst hier auf etwas warten. Möglicherweise kommst du hier mit dem Magier auf die Idee, wie du das beschleunigen könntest. Also du hast hier die Möglichkeiten plötzlich. Plötzlich tun sich hier Möglichkeiten auf, diesen Prozess zu beschleunigen, ja, ohne hier warten zu müssen. Du kannst hier das Ding durchziehen. Und hier der Herrscher ist ja gefallen, zeigt auch an, dass du das etablieren kannst, dass du das festmachen kannst, ja, dass du das aufstellen kannst, was du hier planst. Und zwar vielleicht früher wie gedacht. Der Herrscher ist aber so quergekommen. Du zögerst damit, deine Ansage zu machen, das durchzuziehen. Ja, weil der Herrscher ist mutig. Der Herrscher fällt seine Entscheidung, verkündet die und dann wird das gemacht. Eine neue Struktur, eine neue Ordnung. Ich habe das Gefühl, dass du hier dafür einen Tribut zahlen musst, wenn du das hier machst. Das kostet dich etwas. Also ich meine das jetzt nicht finanziell. Etwas musst du zurücklassen möglicherweise, um das hier durchzuziehen. Und deswegen haderst du hier mit dem Herrscher, ob du das tatsächlich machen wirst. Ja, auf der anderen Seite sehe ich jemanden mit zwei der Schwerter. Dieser Mensch hat keine Ahnung davon, was du hier vorhast. Dieser Mensch sieht das gar nicht kommen. Mit acht der Münzen, ja, macht einfach weiter. Glaubt, dass es so weitergeht wie gehabt, dass sich da nichts verändert. Ja, dieser Mensch glaubt, das läuft so die nächsten Jahre weiter, so wie es jetzt ist, ja. Dann zeigt sich hier eine Herrscherin mit zehn der Stäben. Ja, die Herrscherin ist ja das Pendant hier zum Herrscher. Hier ist jemand, der mit dir verbunden ist. Familiär, vielleicht seid ihr verheiratet, vielleicht beruflich, keine Ahnung. Und hier ist eine starke Belastung bei diesen Menschen, zehn der Stäbe. Irgendwas ist hier sehr belastend für diesen Menschen. Klar, eine Herrscherin hat ja auch viel Verantwortung. Bitte nicht die Geschlechter beachten, das könnte hier auch für einen Mann stehen. Also einen Mann abbilden. Ja, jemand ist hier sehr stark am Arbeiten, hat hier sehr viel Verantwortung zu tragen und sieht hier womöglich gar nicht, was du hier vorhast. Schau mir das mal näher an, hier mit einem weiteren Tarotdeck. Lieber Wassermann, du hast hier mit zwei der Kelche, sieben der Kelche, ja, sehr blümige Fantasien, Vorstellungen darüber, wie dein Glück aussehen soll. Ja, du bist hier sehr stark am Träumen, wie du dir deine Wünsche erfüllen kannst. Hm, doch vorerst wartest du, glaube ich, noch damit und konzentrierst dich hier auf deine alltäglichen Aufgaben. Du machst hier erstmal weiter. Sehr viele Pflichten, sehr viel Arbeit. Und ja, das Rad des Schicksals, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt, weil, wenn es soweit ist, dann wird sich damit auch unglaublich viel drumherum verändern. Das wird dann wie so ein Dominoeffekt haben, ja, dass sich dann auch andere Lebensbereiche, Themen bei dir sehr stark verändern werden. Ja, vorerst musst du hier weitermachen, kommst du nicht von der Stelle. Und hier der Teufel, irgendwo fühlst du dich gefangen. Du bist hier auch so sehr stark besessen, hier irgendwas durchzuziehen, irgendwas durchzuarbeiten, auch sehr arbeitsam, sehr fleißig im September, stark auf die Ressourcen, auf die Arbeit konzentriert. Ja, ja, aber vorerst, ne, so, weil, wie gesagt, deine Wünsche hier, deine Träume fordern einen Tribut. Das heißt, ein Opfer. Und du weißt, dass dieser Tag kommen wird, aber bis dahin konzentrierst du dich erstmal, dass es weiterläuft, ja, dass der Betrieb weiterläuft. Hier diese ersten vier Karten, auch Achtemünzen, Achtemünzen, ihr habt irgendwie gemeinsame Verpflichtungen, ihr macht hier irgendwas gemeinsam, arbeitet an dem gleichen Projekt, die gleiche Arbeitsstelle, vielleicht habt ihr ein Arbeitsverhältnis miteinander hier. Wie gesagt, dieser Mensch weiß nicht, was du da planst, was du da vorhast. Wenn du hier konkret deine Herrscherstiefel anziehst, ja, wenn du dich in deinen Herrschertron setzt und deine neue Ordnung aufstellst, deine neuen Prinzipien, dann wird dieser Mensch hier auch sehr starke Veränderungen erleben, in seinem, ihrem Leben. Aber damit rechnet dieser Mensch noch gar nicht im Moment. Das wird hier die Welt dieses Menschen stark verändern. Also, das wird hier unglaublich große Prozesse bei diesen Menschen anregen. Auch irgendwo diese Menschen befreien von etwas. Die Weltkarte und die Sternkarte, das ist Befreiung, Freiheit, das ist auch Heilung. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Ja, sehr belastet dieser Mensch. Unglaublich belastet, erschöpft am Ende. Und hier mit diesen acht Stäben, ich habe den Eindruck, dieser Mensch würde dir da gerne darüber mehr erzählen, dir was kommunizieren. Aber kann nicht. Im Moment ist vielleicht auch die Kommunikation ein bisschen schwierig. Hier gibt es definitiv irgendeinen Gesprächsbedarf, weil dieser Mensch hier, ja, etwas als Ballast empfindet. Vielleicht auch etwas Wiederkehrendes als Ballast empfindet. Wie geht das hier weiter? Ja, lieber Wassermann, du tust es. Tatsächlich. Hier, der Herrscher setzt sich in seinen Thron. Du ziehst es durch. Vierder Stäbe, das ist deine Heimat, was auch immer das für dich bedeutet. Du erfindest dich dann neu, du machst dann eine neue Struktur. Ich sehe auch einige umziehen, irgendwie was verändern an der Wohnung, an der Wohnsituation. Ich sehe auch tatsächlich einige Wassermänner irgendwo hinziehen, wo es sehr ruhig ist. Einsam, also Rückzug, irgendwo ein Platz, wo ihr mehr für euch alleine seid. Ja, vielleicht in irgend so ein kleines Dörfchen ziehen, wo ganz wenige Leute sind. Wo weniger los ist, vielleicht von der Großstadt auf den Bauernhof ziehen. Sowas. Aber ihr werdet sehr glücklich sein, weil der Eremiter hat hier den Stern in der Lampe, in dieser Laterne drin. Du leuchtest ja auf diese vier Stäbe. Du erfüllst dir hier einen Traum, einen Wunsch. Es hat was mit deiner Heimat, mit deinem häuslichen Umfeld zu tun. Und hier der König der Stäbe. Du wirst den Mut aufbringen, es durchzuziehen, denn der Herrscher und der Eremit ergeben 13. Große Arkana Todeskarte. Mit diesem Schritt lässt du natürlich auch dein altes Leben hinter dir. Und das erfordert Mut. Diesen Mut wirst du hier aufbringen. Der König der Stäbe, der zieht das durch. Und ich habe ja vorhin gesagt, das fordert alles seinen Tribut. Das fordert hier ein gewisses Opfer. Das bedeutet, dass hier ein anderer Mensch alleine seinen ihren Weg bestreiten muss. Zukünftig. Muss hier alleine zurechtkommen. Aber dieser Mensch kommt damit zurecht. Definitiv. Dieser Mensch kommt damit zurecht. Wir haben ja hier auch eine Herrscherin. Und hier der Magier, dieser Mensch sagt, ja, ich schaffe es auch alleine. Ich kann das auch alleine machen. Ich sehe hier auf diesem neuen Weg, also dieses Neue, was hier etabliert wird, von drei der Stäbe auf vier der Stäbe. Eine neue Zukunft, eine neue Heimat, ein neuer Wohnort. Da, wo ihr dann ankommt, werdet ihr unglaublich coole Leute kennenlernen. Ich sehe hier neue Kontakte. Ich sehe hier sehr eigenständige Menschen. so freiheitsliebend, locker, cool. Das sind Leute, die ihr Ding machen, der Magier, neun der Münzen. Das sind ja auch so Einzelkämpfer, so freiheitsliebende Typen, so wie ihr. Die auch lustig sind, die kleine Überraschungen mögen, die gerecht sind. Leute, die was kreieren können. Kreative Leute. Interessante Leute. Ja, ihr werdet hier sehr viele interessante Leute kennenlernen auf diesem neuen Weg. Ja, also eure Träume werden sich erfüllen. Ihr bekommt das, was ihr wollt, liebe Wassermänner. Ich wünsche euch auf diesem Weg alles, alles Gute und ich wünsche euch auch einen tollen September. Macht's gut. Ciao, ciao.